Der SV Darmstadt und Greuther Fürth trennen sich im letzten Zweitligaspiel der Hinrunde mit 1 zu 1 und Fürth beendet somit die zweite Bundesliga-Hinrunde auf Platz 10. Das ist sehr, sehr gut, wenn man bedenkt, wo sie am Anfang waren. Darmstadt war ja schon Herbstmeister, hätten sich weiter vom HSV absetzen können, aber im Gesamten eine sehr, sehr gute Hinrunde mit 36 Punkten. Darmstadt sehr, sehr früh in Führung gegangen, ist der Favoritenrolle gerecht geworden durch Karek, zweite Minute. Die Vierter allerdings haben für mich das ganze Spiel dauerhaft gegengehalten, haben sehr gut mitgespielt und kamen dann auch kurz vor der Pause durch Michalski zum Ausgleich. Kurz nach der Pause allerdings der nächste Schlag für die Vierter. Rot für Jung, das heißt über 40 Minuten in Unterzahl, aber die Vierter haben das sehr, sehr gut gemacht, kamen zum Teil sogar hinten raus, konnten sich entlasten und Darmstadt hat eigentlich gar keine richtige Chance gehabt, bis auf das Tor in der zweiten Minute. Fürth hat es sehr gut gemacht, wie gesagt, trotz eines Mannes weniger, Darmstadt dafür umso schlechter und da kann man nur den Hut vor Fürth ziehen, dass sie das wirklich bis zum Schluss durchgehalten haben, trotz Unterzahl das Ganze zu halten und Darmstadt muss sich einfach vorwerfen, zu wenig gemacht zu haben. Insgesamt würde ich sagen, geht das 1 zu 1 in Ordnung, beide Mannschaften können mit der Hinrunde zufrieden sein, Fürth erst recht nach der Anfangsphase und ja, ich bin gespannt auf die Rückrunde und ob Darmstadt das halten kann und aufsteigen kann. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, aber nie, nicht vergessen, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.